Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Einlassen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Lässt ein, lies ein, hat eingelassen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich lasse ein. Du lässt ein. Er lässt ein. Wir lassen ein. Ihr lasst ein. Sie lassen ein. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich lies ein. Du liesest ein. Er lies ein. Wir liesen ein. Ihr lieset ein. Sie ließen ein. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe eingelassen. Du hast eingelassen. Er hat eingelassen. Wir haben eingelassen. Ihr habt eingelassen. Sie haben eingelassen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich lasse ein. Du lassest ein. Er lasse ein. Wir lassen ein. Ihr lasset ein. Sie lassen ein. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich ließe ein. Du liesest ein. Er ließe ein. Wir ließen ein. Ihr ließet ein. Sie ließen ein. Den Schluss macht der Imperativ. Lasse ein Du. Lassen ein Wir. Lasst ein Ihr. Lassen ein Sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb einlassen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.